hallo und willkommen zu diesem video mein name ist nico im heutigen video zeige ich dir meine strategie für den nischen research die du vielleicht noch nicht kennst wenn du noch gar keine ahnung hast von nischen und du vielleicht gerade auch erst startet mit dem shirt business habe ich eine richtig richtig starke nischen liste erstellt link findest du in der video beschreibung ist komplett kostenfrei kannst du dir einfach jetzt sichern ja ich will in dem video einfach mal die plattform wish vorstellen die plattform hat extrem hohen traffic und du kannst sehr sehr viel inspiration und ideen hier gewinnen wir gucken uns mal den traffic jetzt an dann nutzen wir wieder similar web das add-on und wir sehen sind über 100 millionen monatliche besucher also wirklich ganz ganz hoher traffic und wir sehen auch schon verschiedene print on demand produkte als beispiel können wir hier oben jetzt mal funny shirt eingeben und dann sehen wir hier auch schon verschiedene t shirts ihr seht immer der preis ist halt richtig richtig low und die schalten auch unglaublich viel werbung die haben auch eine app wo viele auch in der jüngeren generation darüber bestellen und hier ist halt das interessante ihr seht schon mal was läuft hier überhaupt gut und was nicht das seht ihr immer hier unten zum beispiel hier 100 plus haben was gekauft neun haben das gekauft und hier auch zum beispiel 10.000 haben was gekauft also hier so ein design in der in dem stil und da könnt ihr schauen was läuft denn überhaupt gut bei den leuten und da könnt ihr einfach mal durch scrollen und ihr seht auch schon verschiedene designs ähnlich natürlich zu unseren altbekannten merch bei amazon shirts was man jetzt noch machen kann ist wir können jetzt hier filtern nach bewertungen und das ist halt richtig cool weil wir sehen jetzt die shirts die am besten bewertet sind und hier zum beispiel dass da sehen wir okay gerade schon gesehen 10 über 10.000 mal verkauft hier das hat sich über 1000 mal verkauft recht einfach vom design aber lustige message dann hier das ist auch ein interessantes shirt auch über 100 mal verkauft die klasse der klassiker die boobies das habe ich auch schon so oft gesehen hat sich auch schon tausend mal verkauft ich glaube das ist sogar einfach aus wechsels ein design ja und da siehst du verschiedene nischen und verschiedene sprüche die einfach richtig abgehen und die die leute einfach feiern und so kannst du verschiedene nischen rausfinden und auch sprüche zum beispiel hier dann natürlich immer gucken ob du den spruch so nehmen kannst ob er geschützt ist oder nicht ansonsten kannst du einfach mal hier gucken okay das ist so die chemikernische zum beispiel dann haben wir hier so einen totenkopf auch sehr sehr gute sales gemacht kaffee nische auch gut dabei und sowas hier ist relativ simpel nachzubauen gibt mir kaffee and no one gets hurt also das wäre schon mal ein richtig geiler spruch den wir jetzt so suchen könnten und wenn er nicht geschützt ist könnten wir das jetzt auch machen was hier jetzt natürlich fehlt ist der kaffee also eine einfache grafik vielleicht noch einbauen und dann ist es schon ein deutlich besseres design und das ding ging auch über 10.000 mal weg ja und so könnt ihr verschiedene designs rausfinden die halt richtig richtig gut abgehen und die sich sehr gut verkaufen ihr könnt ruhig auch über die app nutzen und da seht ihr auch wie oft ein produkt dann verkauft wurde und ich finde es einfach krass und man kann hier so viele ideen gewinnen und hier gibt es so viele sachen teilweise natürlich werden die sachen auch kopiert das ist ganz klar aber ihr bekommt mal so ein grundgespür dafür was überhaupt bei den leuten ankommt und was sich gut verkauft ja das war es von diesem video ich hoffe dir hat das video gefallen wenn du kein video mehr verpassen willst drücke hier gerne auf abonnieren und aktiviere die glocke und ich danke dir fürs zusehen und wir sehen uns in einem weiteren video bis dann ciao dann io